Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 23. Januar 1897. Heute, vor 125 Jahren, wurde die österreichische Architektin Margarete Schütte-Lihotzki geboren. Ein Beitrag von Jochen Stöckmann. Eine Tochter aus gutbürgerlichem Hause, die an der Kunstgewerbeschule studiert, das ist 1915 in Wien nicht mehr ganz ungewöhnlich. Aber Margarete Lihotzki, geboren am 23. Januar 1897, gibt sich nicht mit dem Künstleratelier zufrieden und erobert als erste Frau ihren Platz in einer weiteren Männerdomäne. Nebenan war die Klasse für Architektur. Mich hat das ungeheuer fasziniert, dass man auf dem Papier sich etwas ausdenkt, was dann Einfluss hat auf das Leben der Menschen, ob sie froh und glücklich sind, ob sich Wohlfellinien verwenden oder unglücklich. Heinrich Tessenow wird für die sozial engagierte Studentin zum geistesverwandten Lehrer. Sein Prinzip des Einfach-Notwendigen, also das sparsame und zweckmäßige Bauen, setzt die junge Architektin 1920 mit einer Siedlungsanlage um. Margarete Lihotzki gewinnt den Wettbewerb, weil ihre aus standardisierten Holzelementen konstruierten Häuser sich kostengünstig vorproduzieren lassen. Für die künftigen Bewohner, meist Arbeiter, ist diese Architektur ungewohnt. Da bin ich hinausgeschickt worden mit den Plänen und habe oft in veräucherten Wirtshäusern bei Petroleumlicht, wo noch gar keine elektrische Leitungen gab, habe ich meine Pläne erläutert und den Leuten erklärt, wie sie es machen sollen. Die Architektin hat Erfolg im sozialdemokratisch regierten Roten Wien und wird 1926 für das neue Frankfurt engagiert. So nennt Stadtbaurat Ernst May seine grundlegende Reform des Wohnungsbaus. Dafür soll die neue Mitarbeiterin eine Musterküche entwickeln, auf kleinstem Raum mit geringen Kosten. Margarete Lihotzki, die politisch mit den Kommunisten sympathisiert, kehrt das kapitalistische Instrument der Rationalisierung um. Auch sie analysiert mit der Stoppuhr jeden Arbeitsschritt, aber nicht, um den Takt eines Fließbandes und damit den Profit zu steigern. In der bedarfsgerecht kalkulierten Minimalküche, 1,90 Meter breit und 3,44 Meter lang, soll die Zeitersparnis den Arbeiterinnen selbst, den Hausfrauen zugutekommen. Ich habe an dem ersten Modell der Frankfurter Küche drei Vierteljahre gearbeitet, gemeinsam mit der Industrie. Dann haben wir eine Modellküche im Rathaus ausgestellt. Alle Frauenorganisationen sind da hingekommen, sodass wir nach diesem Experiment dann die Massenherstellung der Küche vornehmen konnten. In 10.000 Wohneinheiten wird die Frankfurter Küche eingebaut. Ein Erfolgsmodell. 1930 schließt sich die Architektin der Brigade May an. Geleitet vom Frankfurter Stadtbaurat sollen deutsche Experten in der Sowjetunion neue Städte projektieren. Während sich ihr Ehemann Walter Schütte um Schulbauten kümmert, entwickelt Margarete Schütte-Lihotzki einen vorbildlichen Standard für Kindergärten. Keine leichte Aufgabe in dem riesigen Land mit vier Klimazonen. Also ich kann doch nicht dieselben Kindergarten projektieren im hohen Norden wie in der Wüste unten im Süden. Also das allein ergab schon ungeheuer viele verschiedene Kinderanstalten, verschiedene Baumaterialien. Und das war sehr interessant. Das Architektenpaar zieht 1938 nach Istanbul und organisiert im türkischen Exil den Widerstand gegen das Naziregime. Auf Kurierfahrt durch Österreich wird Margarete Schütte-Lihotzki Ende 1940 von der Gestapo verhaftet und zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach der Befreiung im April 1945 in ihre Heimatstadt Wien zurückgekehrt, ist die zuvor so erfolgreiche Architektin damit konfrontiert, dass sie als Mitglied der Kommunistischen Partei in den Jahrzehnten des Kalten Kriegs kaum noch Aufträge bekommt. Ich habe in 20 Jahren zwei Kindergärten gebaut, während die ehemalige Nazi haben schon ganz große Aufträge aufgehabt, also in den 60er Jahren dann und so. Erst in den 1980er Jahren wird Margarete Schütte-Lihotzki wiederentdeckt, ihr Lebenswerk mit Architekturpreisen gewürdigt. Im Januar 2000 stirbt die Sozialreformerin und Feministin in ihrer Wiener Wohnung, 40 Quadratmeter klein, aber mit größtem Geschick eingerichtet.